Untertitelung des ZDF, 2020 Der Clown soll ja jetzt gebufft werden. Ja, buffen heißt besser machen, nerven heißt schlechter machen. Aber kann ich, wenn er sich genau mit seiner Flasche dann direkt angegriffen wird? Ähm, nein. Nein. Der Buff wäre dann, dass so, ähm, es gibt ja eigentlich so ein, ah, Totem. Es gibt ja eigentlich so ein Airdon für den Clown, dass du dann, äh, so gesehen langsamer wirst, wenn du dich mit, äh, wenn du in diesen Nebel reinkommst. Und, ähm, wir wollen das halt so machen, dass, ähm, je öfter der dich, äh, mit der Flasche so gesehen trifft, desto langsamer wirst du. Und, äh, ja. So wie viele Paletten hast du gewastet, Junge. Das ist nicht hier der Autohäven-Schrottplatz, weil es hier, äh, Pellet Town. Keine Ahnung, also hier in der, äh, Umgebung, da wo er umgefallen ist, hat er so gute... Palette, Palette, Palette. Ja. Ja, alles da in, äh, alles da in der Ecke ist weg. Da wo er umgefallen ist, also, äh, aufpassen, da ist alles weg. Außer beim Schweinebaum ist noch eine Palette. Und da oben hier ist auch noch eine Palette. Äh, es kommt nicht jemand vor. Ähm, gehst du hin, weil... Ne, 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 ne. ... ... Ja. Wir haben ja eh noch genug Paläten. Ich muss nur wissen, wo man langläuft. Deswegen habe ich ja gesagt, da die eine Ecke, wo er hangen, weißt du. Da der Bereich, da ist alles weg. Ja. 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 und der ist mir genau hier hinterher wo das schon alles gewastet hat die kommen heraus in den zielten ziel Ah, du hast genau zu mir. Verpiss dich, versteiß Francis da, mein komm, blockiert mich der Krüppel, der hat mich grad blockiert. Ja Moritz, na klar, dritte mal heute schon, was ist denn da los? Ja klar, die Piep gemacht, ich hab zwei Geschenk gebaut. Ja, der kam eh hier in die Richtung, also. Der scheiß Francis hat mich total blockiert, ich bin sicher mit den Kindern zusammen. Ich mach den Ausgang. Doch, der Clown ist bei mir, deswegen hab ich dir gesagt, mach den Ausgang. Der ist nämlich ziemlich schnell, also. Sag bloß, du bist nicht am Ausgang, obwohl du direkt da warst. Gut. Dann mach den auf. Der kommt scheiß, schieß ins Noe den macht. Wieso hast du nicht den... Da ist auch kein Killer mehr spielt ohne Noe, die reißen das ganze Spiel nix erst am Schluss. Das ist unmöglich, es kann kein Killer ohne Noe spielen. Du bist so. Ah, das ist wirklich so alt. gerissen. Ich stelle, du bist komplett falsch gerissen. Du musst in dem Fall wieder den kompletten Weg zurück hoffen. Aber links, also nicht bei der Killer-Check, sondern anders. Also er sucht die Hedge wahrscheinlich. Das ist die Bang-Win. Du musst tauchen. Hier ist direkt ein Fluchtote. Das Ruin weg. 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 was direkt daneben ist, weißt du, hat sie nicht gesehen. Bin ich auf jeden Fall aus dem Fenster runtergefallen, wieder ab da hin, fertig. Ich hole ihn dann gleich vom Haken. Ich habe Babysitter mit ungeliehene Zeit, das heißt auch gut, als wenn ich dich vom Haken hole, hinterlässt du insgesamt 8 Sekunden lang keine Blut- und Kratzspuren und du hast automatisch dann ungeliehene Zeit mit dabei. Mit Zeichen gemacht. Ja, die ist auf der anderen Seite der Map. Und das Geile bei dem Perk ist, weißt du, wie gesagt, du hinterlässt 8 Sekunden lang keine Blut- und Kratzspuren und ich sehe, wo der Killer ist, für ein paar Sekunden. Das sind Kombi mit geliehener Zeit. Das ist ja, das ist ja. Wo? Unten oder oben? Da müssen wir aufpassen nicht, dass es aufgezehrt offen ist. Ist die hinter dir her? Oh, mach mal. Ich nehme an, dass es aufgezehrte Hoffnung ist, deswegen müssen wir aufpassen. Das Fluchtoten, da bin ich gerade dran. Nö, nö, brauche ich nicht. Guck mal, ich kann zaubern. Der hat einen Elektris auch rein. Ich bin normalerweise Clown-Mail. Und der musste pinkes Mori mitnehmen, die überpowered sind. Damit er überhaupt eine Chance hatte, irgendeinen zu kriegen. Ja, ich bin direkt bei dem um die Ecke. Wie gesagt, ich habe geliehene Zeit. Ach so. Hier. Wie gesagt, du kaufst mir doch nicht. Ich bin direkt auf jeden Fall. Ich habe ihn mitgelegt. Guck mal, ihr seid. Die Freiheit. Soll ich die Tür zurückgehen. Sollte es nicht mehr rien ab. ich war die ganze zeit geduckt gewesen wie konnte das was Lauf. 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 Lauf.